Finde ich aber krass, wie er wollte dich interviewen. Warst du 2007 schon so dicke mit der DSDS-Jury? Er war auch auf der Aftershow-Party. Echt? Ja, der... Ich war schon... Ich hab dir erzählt, ich bin ja schon seit 2002 bei DT. 2002, genau, das hast du mir vorhin erzählt, als wir geredet haben. Und da fragt gerade einer im Chat, ist das der echte Mender? Das ist ein Double, Mordek. Der ist ein Kloner. Was für eine Frage, Leute. Ich hör's ja manchmal, weil ich hab sie auch gefragt. Ich so, sind diese Leute, die zu DSDS kommen, echt? Weil da sind echt manchmal bekloppte Leute am Start. Und sie hat mir bestätigt, dass das echt ist, Bruder. Und wenn ich solche Kommentare lese, da glaub ich das, weißt du. Vorher hab ich immer gedacht, die sind gekauft und das ist Fake, Alter. Aber wenn ich sowas lese, ist das der echte Mender ist. Stabil, überleg mal. Ich weiß noch. Ich hatte, glaub ich, da... Ja, stimmt, da hatte ich die lange Haare. Du hattest sogar einen Auftritt, ne? Ich war bei den Top 20. Genau, ich war bei den Top 20. Und ab dem Top 10, auf der großen Bühne, hattest du einen Auftritt. Ich weiß nicht, wie alt bist du Menderes jetzt? Ähm, da war mal so eine Kandidatin, äh, damals. Die war ja auch bei den Top 15, glaub ich, ne? Ja, aber du musst auch nicht... Jetzt mittlerweile ist das ja nicht mehr so wie damals. Damals hat man mehr Aufmerksamkeit dafür bekommen. Bei unserer Staffel hatten wir sieben oder acht Millionen Zuschauer in den Castings. Ja. Wenn man jetzt mal das vergleicht zu jetzt, ist immer noch gut, aber jetzt die über die Hälfte weg, ist da eigentlich halt kurz, weißt du? Ja, ja, normal stimmt schon, ich erinnere mich, damals war echt stabil, als ich ihre Show gesehen habe im Fernsehen, waren auch acht Millionen Zuschauer bei ihrem Auftritt. Ja, das war richtig stabil früher. Das musst du überlegen, damals war das so richtig noch so, so was Besonderes, so hype-mäßig, so weißt du, ich meine, das war so, jeder hat sich dafür interessiert, danach war das Thema am nächsten Tag, sozusagen, weißt du? Es ist jetzt noch Massenabfertigung quasi, jedes Jahr muss ein neuer DSS, aber Menderes, es wird sich auch immer halten, dieses DSDS, ich sag dir auch warum. Weil es werden jedes Jahr, gibt es Kinder, die dann nicht mal 15, sondern 16 sind und dann ihre Chance sehen, weißt du, was ich meine? Ja. Die DSDS oder hier, hier Deutschland, hier die Supertalent, das wird immer erfolgreich bleiben, weil es immer wieder Jugendliche gibt, deren Traum es einfach ist, ein Star zu werden und deswegen hält sich das. Ja, weil denen ja vorgelebt wird, dass es gut ist, ein Star zu sein, die wissen nicht, dass man aktiv sein muss, die ganze Zeit ackern muss. Und dasselbe ist es doch wie mit YouTube, viele werden durch YouTube berühmt, jetzt guck dir mal die ganzen Kiddies an, jeder fängt mit YouTube an, jeder. Ja, stimmt schon, und die wissen nicht, wie viel Arbeit man reinstecken muss. Ja, das ist das. Aber das Ding ist ja auch zum Beispiel mit YouTube, auch wenn du vielleicht alles cool schneidest und gute Themen auch hast oder schöne Sachen erlebst und das gut verpackst, dann musst du ja trotzdem erstmal diese Aufmerksamkeit dafür bekommen, das kriegt man auch, auch wenn du gute Sachen machst. Heißt nicht, dass du dann auch damit erfolgreich wirst, weißt du? Da hast du vollkommen recht. Manche sind Leute sogar mit schlechten Sachen viel erfolgreicher als jemand, der sich viel mehr Mühe gibt. Das ist das und das ist das Problem hier auf YouTube Deutschland. Und um mal nur kurz eine Frage. Jetzt wollte ich da Fuß zu fassen, jetzt jemand, der da musst du voll viel Zeit mit investieren, sagen wir mal, weil da sind ja schon viele Leute schon sehr etabliert, sozusagen. Die haben mir schon ihre, es gibt so Leute, die guckt Streamer, also ich mein Lieblings YouTuber, und dann wenn du da neu kommst, dann musst du das ja erstmal dir auch bekämpfen, sozusagen, dein Publikum, sozusagen, erst mal. Und das ist extrem schlimm. Dass du ein Stammpublikum hast, weißt du? Nicht, dass da welche nur manchmal vorbeikommen. Die Leute, die jetzt etabliert sind, die haben ja so Stammpublikum, die gucken immer hier das Video, egal was kommt, weißt du? Und deswegen haben so Leute wie BibisBeautyPalest und so Erfolg. Und ja, hast du recht, YouTube ist auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Ich mache es ja, wie gesagt, selber seit ein paar Monaten. Und das ist schwer, dann ein Stammpublik, also Follower zu kriegen, weil die meisten ja schon etabliert sind. Aber andererseits habe ich auch gemerkt, wenn man authentisch ist, dann hat man einfach stabile Leute hinter sich stehen, so eine Fan-Community. Und meine Fan-Community ist zwar relativ jung, aber das sind einfach stabile Leute, die hinter einem stehen und wirklich supporten. Also das ist etwas, was mir übertrieben Motivation gibt, weiterzumachen. Und ja, hoffentlich, inshallah, bald wird der Durchbruch kommen. Winderes, grüß mal, Effe. Nein. Warum? Habe ich schon eben erklärt. Ich würde keine einzelnen Personen hervorheben, umvergegenüber allen anderen Leuten, die jetzt hier zu schauen. Ich grüße mal alle Leute. Das mache ich mal so. Schlaf gut. Kauft das Blut von mir. Nee, ich schlafe noch nicht. Ach wie. Auf jeden Fall, schlaft gut, Leute. Passt auf euch auf. Ich danke wenigstens, danke du auch, wenn ich sage schlaf gut. Minderes, was los mit dir? Schlaf gut, kleine. Wir sagen ja mit dem Stream auf. Weiß nicht, sagst du schlafen, wir schlafen noch nicht. Schlaf gut, kleiner und kleiner. Schlaf gut, ihr beiden. Und dann wünsche ich euch eine angenehme Nachtruhe später. Und hat mich gefreut, dass ihr hier wart. Also ist schon krass. Oder kennst du das nicht so Leute, wenn man die jetzt nach langer Zeit so sieht, dann denkt man sich, die haben sich auch voll verändert und so. Weißt du? Ja, ja. Voll viele Menschen, die ich von damals kannte, die kenne ich manchmal auch gar nicht mehr. Die haben sich voll verändert. Und an alle anderen Zuschauer hier, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, in jedem von euch steckt ein kleiner Mastak. Hau rein, Bruder. Mach's gut, ciao. Und abonniert mich auf YouTube, scheiße Mastak. Ciao, Eigenwerbung muss sein. Hade, tschüss. Ciao.